Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem neuen Kanal. Wir sind hier auf dem Gaming-Kanal. Lass dir auf jeden Fall direkt ein Abo da. Erzählt euren Kumpels, dir ein Abo da lassen. Und ja, bis zum nächsten Video. Oder, Roat, guck mal, Snap-Kruppe, du Dulli. Bist du her 7 oder was, ne? Oder, Roat, schreib mich wieder gleich rein, dass du Bitcoins hast oder so in der Hand. Bin gerade in Paris, ich lieg morgen nach Hawaii. Und? Ich höre auf. Vergiss nicht deine Freunde oder Snap. Ja, wir brauchen noch einen Duelist, Digga, ja, okay, dann. Sein fetter Kopf ist da gerade. Äh, wir haben den Knob, aber... Was macht der noch hier? Da sind mehrere Leute. Gleich schon wieder so ein Nacht von Roat, ich hab rüben 10k mit Bitcoin gemacht. Er ist am Baden, oh mein Gott, der Kern in Lillik. Dein Bild aus Badewanne? Digga, Roat, das ist. Ja. Digga, er sieht so, ey, ich will ihm so die Fresse einschlagen, ne? Oh mein Gott. Warum hast du noch die Tattoos, Eldos? Warum geht's nicht ab? Geh mal duschen oder so, Junge. Guckst du, Eldos. Oder, ich mach echt, der Tat? Ich schwöre, du willst wirklich echt machen, ne? Mit VC ist sie, ne? Ich schwöre, das ist so ein Upgrade, ne? Ja, Roat, danke. Badewanne-Stream gucken, ein bisschen chillen, ein bisschen Arschritze sauber machen. Und sie streamt nicht. Einmal so untertauchen, mit Nase zuhalten. Warum spiel ich eigentlich Sidney Rayner? Mit Ratte. Oh, Mann, du schläfst im Wald. Shit, Mann. Ne, ich kann Rayner spielen. Okay, Jungs, kommt her, ich habe einen Push hier. Ich habe Liner. Ja, Push, komm, Push, die Fender sind du Hund. Bruder, du checkst nicht, ich bin die beste Kaff der Welt. Zum Glück haben wir jetzt gute Kaff. Ja, wir haben Eldon mit Kloof. Baby Girl, Shaya. Geh bloß kurz. Ich will auch, ich will auch, ich auch. Also, wir gehen, die beiden. Ja. Friede, 3, 2, 1. Viel Spaß damit. Achtung. One-Kill, one-Kill. One-Kill, one-Kill. Oh, was? Was? Ein Gegner, ich will. Lass dir nichts, lass dir nichts, lass dir nichts. Es ist da, es ist da. Alter. Bruder, und jetzt labert mir irgendwas mit Game Stand. Das ist meine Kloof. Und jetzt haben wir Daniel auf einer Sage, das ist auch geil. Was sitzt du gerade? Ja, das ist gut. Foll ich dich gleich flieger, du Hörn. Nee, wir spielen Eldi-Gerler-Cup, ich spiel Innenverteidiger und Daniel spielt Stürmer. Macht Sinn. Keine Waffen. Come on, come on, come on. Bruder, ich glaube, die Gegner sind richtig arm, ne? Ich glaube auch. Ich brusche ihn jetzt. Komm, Riele. Scheiße. Wir lassen das irgendwie... Er ist einfach der zweite Spray-Kill einfach von mir. Der hat man in die Mitte gesprayt. Ich habe ein Auge gemacht, da waren drei Leute. Okay, Bonus-Round, chill. Bonus-Round. Oh, nee, bitte nicht 6-0. Oh, nee. Komm, schau was. Er hat mich gemessen. Oh, mein Gott. Er, du, schau was, ich bleib deinen Mutze. Iwi, ich glaube, du lachst, du wichser. Der Bruder, die sind so kacke. Der hat aber eine Ecke gekehrt, wo ich geneift, der Bastard. Klappe zu, Affe tot. Oh, mein Gott. Schrei, ich habe gerade wie viel? Oh, fuck. Alter. Alter. Bin ich schon durch? Nee. Ich weiß nicht, kann ich was bauen. Moment, du bestät. Wir könnten rübergehen, ne? Hey, mach mal ein Smoke bei mir. Es lässt mich nicht smoke mit Judge. Okay. Lass mal einen Vlog machen und schreiben, hey, das packt. GV, GV. Moment, hey, das packt nicht. Oh mein Gott, was? Ey, Rima ist so geil. I swear. Oh boah, was waren die mit euch? Rida, du kannst durch Smoke, warte, ich mach. Geh durch. Ich hab da schon inside-up. Der Arsch ist ja nicht. Hatte gestern UFU einen Klub in Frankfurt? Oben, oben, oben. Haben das mitgekriegt. Ich will ein bisschen auf Zeit, lass ihn, wenn er plantet. Geh auf. Noch 30 Sekunden. Das ist gering. Oh, das wird knapp von ihm. Gib Gas. Hä? Wie schnell lag? Oder wie schnell ist er? Das war doch dieses Ding beim Bad. Weiß er. Ba ba ba. Ba 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 ba. Ma 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 ma. Nutze Rauch. Hellsmoke. Ja gut. Die magische Miesmuschel bestimmt einen Tag mein Leben. Ey, Sidney, weißt du was denn hier? Nein! Nein! Soll ich dir sagen, was ein richtig geiles Video wäre? Was du gerade gesagt hast? Äh, die dunkle Seite vom Badermann. Dann so mit Helmut und so reden. Hä? Hä? So auf die Fähne bist du. Diese Diepe. Richtig gut. Und dann machst du ein paar Interviews. Where are you going from? Am vorm Seen egal. Wollen wir 14 Cent auf jeden Fall auch mitnehmen? Ja. 10 Cent und was kostet. Einfach neun mal. Und auch Ding, äh... Nein! Gib mir was kostet! Mach Kiss auf Slap, Bruder. Mach Kiss auf Slap, Bruder. Mach's wie als Ult. Pick ihn nicht, pick ihn nicht, pick nicht. Bruder, die sind hinter uns. Als wär ich nie weg gewesen. Digga, was machst du? Ich dachte, dass wir kaum zu kommen. Es ist Riede. Nehme ihm die Sicht. Nein! Es war ein Fähnst. Hättest du kurz gewahrt, ja, weil die Ding... Der Dissmus war unnötig, Digga. Mann. Ey, Ahmed, weißt du was richtig geil wäre, wenn wir in so eine Content-WG ziehen, Bruder? Nee, Mann. Okay. Ey, ihr vier wäre ja wirklich geil. Wenn ihr auch Content macht und nicht nur Scheiße. Junge, wann mache ich bitte Scheißen? Ja, nicht du. Digga, Ahmed. Jetzt geht mir her und die anderen beiden Patienten. Wen? Weiß nicht, wa? Nehme ihm die Sicht. Und wer hat die Bäume gemacht? Dreh ich einfach aus einer Süßetät. Und dann geht's. Hinter mir. Geil. Möchtest du den Test geben? Ja. Ja. Oh nein, Laniel, bitte. Laniel, Laniel. Fick dich in den Arsch! Spiel was du kannst, Junge. Spiel es überhaupt. Keine Fresse, Junge. Einer spielt hier Rainer in der Bot-Mobie. Und denkt, er ist krass, wenn er 13-7 steht, Junge. Du Schwanz. Ey, Soller, ich hör doch nicht. Ja, Bruder, fickt euch, Digga. Ja. 4K. Geil gespielt, Bro. Rod. Was würde passieren, wenn Kato in deine Badewanne reingeht? Wie? Dann wäre auf jeden Fall kein Wasser mehr drin. Seit 6. Ne? Ich glaube, Kato in der Badewanne wäre einfach voll. Einfach so mit Schokomousse. Er hat meine Badewanne gesehen, es rausgegangen und hat gesagt, da pass ich nicht rein. Schokomousse? Er passt sich auch so an, so an die Form. Er hat so Schokopudding. Schokopudding ist verrückt. Man muss Kato mit Schmierfett aus Wartemann holen. Links einer in Pass. Was ist das? Geht uns. Machst du einen Assist von Tyrese Halliburton. Auf wie viel? Ganz gut. Von 225. Auf wie viel? Wir kämpfen auf ein neues. 225. Auf. So ein Bastard. Lass voll B, voll B. Mach, wie viel wiegt der jetzt, Mann? Ich weiß es nicht. Mir ist das jetzt gerade voll. Einfach selber lang. Ich habe nur diese eine Info. Wie viel? Er hat einfach so krass abgenommen. Von 225 Kilo und jetzt. Digga, tschüss. Geht vor. Doch. Stehle diese Mist. Warte mal, die Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey Chat, seid mal ehrlich. Von Eldor und Sidney. Würde ich dir sagen, die müssten ein bisschen öfter mit mir Vado zocken, ja oder nein? Alter, jetzt einmal freut ihr mich. Ach Mutzi, ihr wisst ja. Das ist ein Junge. Hier, 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 der kommt hier. Oh mein Gott, sind denn du sehr lustig? Ey, es ist Mutzi. Oh mein Gott. Ey, es ist Mutzi, ich bin ein Wibli, ich bin ein Wibli. Warte, du hast noch, ach, das ist. Äh, Rots, ich hab eine ganze ganze Frage an dich. Ja, ich hab dein neues Video gesehen. Äh, ich trolle auf GTA RP und du hast da so einen gewissen Kinder an, wenn ich mal sagen muss. Sind's Kinder? Wie du. Du bist da als Affe oben gelaufen. Warum? Ach so, so um die Leute zu trollen. Hat keiner Bock auf Spike, oder? Wie könnten wir den Spike vergessen? Ich glaube es so ein paar Gerüchte über dich gibt. Aktuelle Situation? Ist das denn richtig? Aktuelle Situation ist crazy. Also ehrlich. Gute Trap. Scheiß Cam. Ja, es ist ein Zeige. Ja, ich hab Angst überlebt. Ja, es ist ein Zeige, ich hab Angst überlebt. Wurde auch nicht. Ich hab getroffen, der Huchensohn. Schau auf, oder der Nutensohn, der Schlampensohn. Das ist so einer Huche. Ohmet hinter dir, Ohmet! Ohmet hinter dir! Ohmet hinter dir! Schere! Schere! Plante! Plante doch! Ohmet, mach Cam! Mach Cam dahin! Ohmet, wie konzentriert, hä? Warte mal, ich kann mal lieber antworten. Ey, Smoke und seine Bomb. Ignorieren wir jetzt einmal den Faktort, oder? Bro, ich hab einen Affe gespielt, also so um Leute. Ich hab einen Schwein gespielt. Finde ich schwierig. Nee, ich wollt's doch in die Abzeit auch so ein Game erstellen. Nein, würdest du sagen, du hast auch in die Ab nach Deutschland gebracht? Was? Ich sag's! Oh mein Gott, das Cap! Bro, ich will noch, ich will noch. Hinter uns Sage! Oder meinst du noch? Bei aller Liebe! Bei aller Liebe! Und los! City! Letzter lebender Verbündeter! Oh mein Gott! Du hast das Eldon? Ah, der! Hätte der Eldos? Du hast eh Rest! Ich hab' den verdämmen. Ah! Ich hab' den verdämmen jetzt noch. Und dann ist die Kim oder Switch-Holge. Oder welcher Bastard war das ja? Oh mein Waller hat dick erschrocken, Waller. Waller will ich auch. Bei mir irgendwie gar nicht gebracht. Das war glaube ich, das war falsch und geschlossen. Ja. Bei dir ist... Ich weiß nicht, was bei dir ist blind, Digga. Ich weiß nicht, was bei dir ist blind, Digga. Jetzt wird's leblich! Okay. Einer rennt rein. Let's entry'n. Und let's go! Oh mein Gott, Sober. Sober ist so blind, Digga. Klappe zu, Affe tot! Plente, oh mit! Kann's nicht da oben. Und Ulte direkt. Ulte direkt. Ja Bruder, ich muss nur ein Leiche sehen, Digga. Da ist doch wenig! Geht durch Tunnel raus! 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 Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe! Bei mir! Bei mir! Crazy! Warum machst du die Wall? Warum machst du die Wall auf, Mutti? So, auf hinter dir kann jemand kommen. Ein Gegner übrig! Er war Elbow, er war Elbow. Sei mir eh Mutti! Hadesch will pennen, Bruder, danke! Luba! Es ist Therese Halliburton! Aber nicht so fatal, wie ich gedacht hab! Play the Indiana Pacers! Ja, ist okay! Ich hab Gamesense da ja, das ist das Gute! Du hast keine Gamesense rum! Ich hab. Mmm... Das war's! Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Vielen Dank.